Ja, ich folge dir diesmal. Letztes Mal bin ich hervorgelaufen. Huch, was hab ich denn da eben gemacht? Ich drücke mal irgendwie die falsche Taste hier, das ist doch... Und meine Ohren in ihr Zange will ich ja irgendwie nicht so richtig. So. Oh, Hunde. Hunde wollt ihr ewig leben. Oh Gott, dieses Nachladen. War gut, dass der so stolz war, der blöde Köter. Ich weiß nicht, sind da noch mehr? Ne, war nur einer, ne? Zwei. Okay. So, müssen wir denn da lang. Scheiße, kommen wir nun vorbei. Ja, hier rein. Ja, weil dieser... War schon wieder richtig gut. Ja. Ne, dieser blöde Köter, der war wieder so stolz. Und war da irgendwie am rumheulen. Oh, irgendwas kommt da angelaufen. Ah, hier oben ist schon drin, ne? Genau, okay. Ja. Ne, doch. Doch, ja, ist da drin. Ja. Ist das oben? Ja, ja. Ah, okay. Oh, Mensch. Nein, der Schwarm, Mutti. Die Mutti ist los, die Mutti ist los. Was macht sie ohne Raben bloß? Also, die Schwarmmutter, die geht mir aber richtig auf den Piss, ey. Ja. Die ist echt ätzend. So. Decken wir mal auf hier. Zack. Gute Arbeit. Du hast ja wieder die gute Knarre. Ja. Ich bin reich. Und wenn es weiter so geht, kann ich bald mit der Wasserpistole schießen, weil ich keine Kohle mehr habe. Also, die Waffe ist ganz gut zum Headshotten, aber. Hm. Oh, nein, da ist auch so ein Feuerviech. Gut. Oh, manchmal ist es so, da kannst du da fünfmal auf den schießen, da passiert gar nichts. Ja, das ist echt übel. Hm. So. Dann gehen wir hier mal auf. Ja, Messer, nehm mal. Alter, wie sich das anhört, ey. Könnte man denken, es geht was anderes vor. Hm, ja, ja, auf jeden Fall, so hört sich das an. Oh nein, Vorsicht, da ist so ein, ich schmeiß mal eine Brandbombe. Oh, auf mich wurde geschossen. Schon wieder. Ah, diese kleinen Egel. Aber wann ist die Egel? Oh, schon wieder. Mann, die Egel. Oh, oh. Du kannst gerne drücken, solange der mich verfolgt. Ja. Oh. Hast du dieses Leuchtfeuer geworfen? Ja. Das hat zwar nicht viel gebracht, aber... Das Leuchtfeuer, ja. Jetzt haben wir einen. Oh, die Egel, die sind aber auch widerlich. Mann, Mann, Mann. So, kann ich nochmal nachladen? Habe ich noch ein bisschen Munition? Da ist eine Mutti. Tod. Alter, die braucht immer wieder. Ja. Scheiße, ey, ich habe schon wieder keine Munition, oder doch? Ey, jetzt lädt er wieder. Alles klar. Das wäre schön. Mensch, das hat aber gedauert hier. Das war gute Arbeit. Ja, perfekt. Oh, die haben einen Hinweis... Ne, wir haben... Für beide haben wir einen Hinweis. Das ist ja schön. So, dann sucht hier mal den nächsten aus. Okay. 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 Boah, wie das sich immer anhört, wenn die da so rumschreien. Mensch, sag mal, das sind wohl ganz schlaue Gegner. Die hört man gar nicht, ne? Stimmt. Oder sind das wieder so eine Camper, die dann irgendwo sitzen und warten? Oh, C und A, Holzverarbeitung. Die sind dann wenigstens schlau. Krass. Ja, das stimmt. Okay. 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 Jetzt haben wir mal Ruhe hier. Ja. Irgendwann reicht's auch, ne? Naja. Oh nein, hier ist noch so ein dicker. Hast du das, äh... Hattest du eigentlich, äh... Lauf weg! Hattest du das eigentlich, ähm, aufgedeckt da oben? Oh, jetzt hast du mich auch angezündet, oh nein! Sorry, sorry. Oh, scheiße. Ist er denn tot? Ist er denn tot? Oder nein? Wer ist da hinten noch? Ach doch. Ne, das ist was anderes als gerade ist, glaube ich, tot. Alter... So, ich muss mir erst mal eine Spritze geben, ja. Oh, Mann, ey, das ist ja schon wieder unglaublich hier. Ja, das geht gut ab, auf jeden Fall. Ja. So, und den letzten Patronen habe ich hier... Ah, schön, Sven. Wir rennen durchs Feuer und zünde dich nochmal an. Ja, kann man wohl machen, ne? Ja. Ja. Was steht da? Lange Munition kann nicht aufgenommen werden, okay. Oh, weil, wer ballert da denn? Das weißt du. Wer schießt denn da, das bist du, ne? Ja, ja, ich hab nur geübt. Okay. Hier ist noch Munition, ich weiß auch nicht, ob die nehmen kannst. Ja, kann ich wohl. Ne, kann ich auch nicht, lange Munition. Ja. Auch vielleicht sind wir auch alleine auf der Map, wir leben. Hier gibt's Munition, brauchst du? Ja, ja. Oh, danke. Schon vorbeigelaufen, ne? Ohne, wer so wenig Schuss, aber besser als gar nichts. Immerhin was? Jetzt hab ich wen gehört. Also die schießen weit weg. Hm. Stimmt. Okay, dann könnte ich ja auch stehen. Wo wollen wir denn mal hin? Da hinten, ne? So, einfach mal hier lang. Schräg rüber. Ruhe. Genau. Leute mit komischen Masken kriegen auf die Fräse. Ja. Hier herrscht ein Mummungsverbot. Oh, sag Mutti. Ich bin da immer ein bisschen schwerhörig. Ja, doch. Das hört sich sehr danach an. Oh, schon wieder. Und da links. Noch schlimmer. So, jetzt brauchst du noch mal gucken, dass wir hier irgendwo Munition finden. Sonst hab ich hier ein Problem. Okay, Pistole habe ich noch. 22 Schuss. Da lade ich jetzt mal nach. Vorsicht. Ach da. So. Oh, da ist noch einer. Du, Alter, die hat jetzt aber gebraucht, ey. Ja, die hat wirklich. Ja, die hat den Kopf immer hingehalten für alles. So, jetzt lade ich hier mal meine Pistole komplett. 24, 6. Hier drin könnte es Munition geben. Ja, ich bin auch gerade. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ne. Oh, komm her, du kriegst jetzt auch nochmal einen hier. Genau. Schön drei Headshots verteilt. So. Hier ist auch nochmal Munition. Aber auch eine Pistole. Was ich brauche, ist halt für das Gewehr, ne? So, ne. Das wäre mal ganz geil. Oh. Signalfeuer habe ich bekommen. Weil Signalfeuer bringt einen ja auch nicht so viel, ne? Eigentlich gar nicht. Ich gucke mal kurz nach oben. Ich habe eine Verbandtasche gekriegt. Oh, cool. Es leben die Lootboxen. Du suchst nach Munition, oder was? Hm. Ja, ich brauche, äh, für das Gewehr Munition. Die ist wieder nur für irgendeine Pistole. Oh, Spinne wird verbannt. Und die anderen wird auch verbannt. Alter, die haben schon zwei platt gemacht. Jetzt muss ich aber auch mal gucken, wo wir sind. Achso, okay. Dacht schon, äh, wir sind da gerade mitten im Geschehen von denen. Halt, nirgends Munition, ne? Das gibt es auch gar nicht. Das stimmt. Vielleicht ganz oben. Ja, das war noch mal eine Maßnahme. Nee, hier gibt es auch nichts. Nee, okay, wenn ich, äh, gehen wir erst mal, ne? Ja, gut, ich meine, wir sind jetzt eh spät dran. Würde ich sagen, halt. Ja, warte mal, ich komme mal hoch zu dir. Wir könnten ja theoretisch jetzt mal rausrennen. Ja, können wir mal. Ich fahre uns mal runter, ne? Ja. So, wo ist der nächste, Oskar? Würde ich sagen, da rechts unten, oder? Oh. Hm. Ah, ich sehe eine Box. Sorry, die muss... Oh ja, da ist es, ja. Die muss ich mir nochmal mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, was sagst du? Einfach ein Dach da? Ja, können wir machen. Ja. Das ist ja kürzeste... Kürzeste Weg, ne? Ich weiß noch nicht, wo es hier runter geht. Wir müssen hier lang runter, glaube ich. Hm. Also rechts war es... War ein Hund, ich dachte schon wieder, da kommt ein Köter. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir alleine den Level verlassen, oder? Oh nein, da ist ne... Naja. Äh... Eine... Ah, du hast es schon erledigt, okay. Alter, diese Mutti, ey. Ja, können wir einfach weiter rennen, wie die irren. Hm. Spritze gegebenenfalls, der Gegner nochmal um die Ecke kommt. Mal gucken, ob wir denn am Ausgang die Einzigen sind, oder ob wir noch wem treffen. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich denke mal, wir werden da keinen treffen. Hm. Ah, die haben jetzt auch erst die Trophäe aufgenommen. Okay, das ist gut. Alter, die haben... Die sind ja unglaublich. Aber jetzt sieht man die nicht mehr auf der Karte. Am Anfang hat man doch die Trophäenträger immer so auf der Karte gesehen, glaube ich. Das ist nicht merkwürdig. So, da ist es. Jo. So. Papa Carlo hat da ein Trophäe aufgenommen. Ah, ich freue mich für Papa Carlo. Ich habe ihm das gegönnt. Also die Waffe verzieht doch ganz schön. Hm. Alter. Ordentlich. Ja, wir haben es geschafft. Ja.